Nein, es hat nicht mal geklappt. Was ist das denn? Oh mein Gott. Hallo und herzlich willkommen zu Nintendogs. Ich hatte vorhin schon ein Spiel erstellt, um zu gucken, dass das auch alles funktioniert mit dem Mikrofon und sowas. Aber ja, jetzt, ich glaube, ich muss wenig verkaufen. Ich wollte eigentlich einen neuen Spielstand starten, aber es hat nicht funktioniert und ich habe die ROM neu runtergeladen und es ist immer noch da. Egal. Wir spielen Nintendogs. Und äh, ja, ich denke, dann machen wir mit dir weiter. Das ist der kleine Shoto. Er ist ein Corgi. Er ist ganz lieb. Er kann sich schon totstellen. Stell dich tot. Ja, stell dich tot. 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 Ja, fein. Fein. Und jetzt zeig mal den Leuten, wie du dich totstellen kannst. Stell dich tot. Stell dich tot. Stell dich. Nein. Stell dich tot. Ja. Stell dich tot. Ja. So ein Feini und sofort kann das sogar. Weißt du was? Äh, holen wir uns einen neuen Hund, weil der kann ja schon Sachen. Ähm, äh, ja, ich würde gerne einen kaufen. Oh, die sind aber wirklich schön. 560.000. Fuck. Was ist, wenn ich meinen alten Hund verkaufe? Kann ich den verkaufen? Och, komm schon. Second Hand Shop, Dog Hotel, Pet Supply, Interior Decorator. Oh, 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 oh. Was ist denn der billigste Hund, den ihr habt? Ich meine, ich mag Shoto. Er ist mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Aber ich wollte eigentlich neu anfangen. Ist die Frage. Also ich habe auch nicht lange mit ihm gespielt. Er kann jetzt zwei Befehle. Er kann sitzen. Shoto. 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 Ich glaube, als ich ihm das beigebracht habe. Shoto. 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 Oh, was hat er so lange dafür gebraucht, dass ich richtig angepisst wurde? Und jetzt hört er nur drauf, wenn ich angepisst bin. Sitz. Sitz. Ja, Feini. Ja, ich bin ein Feini. Ja, bist du ein Feini. Ja, das war vielleicht ein Fehler. Egal. Dann machen wir was Neues mit dir. Ähm, Wasserflasche. Woher weiß ich, ob du Wasser brauchst? Oh, ja, war ja. Popöchen. Oh, du wirst wütend, wenn ich daran nennen. Ach nein, ich habe deinen Schwanz in der Hand. Guck mal. Hier. Ich dachte schon, er wird wütend, wenn ich ihn an seinen Po anfasse. Hey. Pupp, 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 pupp. Hm. Ähm. Man kann auch irgendwie Gassi gehen. Ja, da. Das war immer das Beste. Da kann man Geschenke finden. I want to take Shoto for... Ja, absolut. Shoto. Herr Todoroki. Schaffen wir es bis... Ah ja, locker. Nein, 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 nein. Okay. Ähm. Nein. Oh. Das Spiel ist zu kompliziert für mich. Oh. Neue Geschenke. Beziehungsweise Fragezeichen. Das können ja auch andere Sachen sein, glaube ich. Ist das die Route, die wir nehmen werden? Absolut. Oh. Nicht wegrennen. Habt dich. Ich dachte, die können... Können die nicht irgendwie springen? Ja, so. Genau. Und da ist schon das Geschenk. Oh, da ist ein anderer Hund. Es ist Sammy. Der Drecksack. Die sind ja total bekloppt. Ja, genau. Spring in seinen Arsch. Okay. Wow. Du kannst dich doch nicht so fertig machen lassen, Sammy. Ja. Ich meine, äh... Shoto. Fuck. Komm, wir nehmen jetzt den anderen Hund mit. Oh, da wird hier sowas von gemobbt. Sammy, du bist ein schlechter Einfluss. Weg hier. Weg hier. Komm, wir rennen ein bisschen. Hui. Hui. Hundekaffee? Da wird Kaffee aus Hunden gemacht. Nächstes Geschenk. Wir haben es mitgenommen. Bitte lass es dir mal wirklich irgendwie Spielzeug sein oder sowas. Es ist ein Geschenk! Shoto must have found something. He's bringing it to you. Mann, da hat ja jemand einfach sein Geschenk... Bubble Blower? Ein Geschenk auf der Straße liegen gelassen. Dogs of all Breeze will enjoy this fun little toy. Type Toys. Komm, beeil dich. Ich will nach Hause. Was ist los? Sag mir nicht, dass du... Doch nicht auf den Gehweg! Stopp! Siehste, ich muss doch einsammeln. Rausgehen kann ganz schön anstrengend für deinen Hund sein. Geh zum Tiershop und kauf Wasser für Shoto. Okay, also immer nachdem die gelaufen sind anscheinend. Shoto, wir sind wieder zu Hause. Solltest du nicht sowas wie eine Lebensanzeige haben, dass ich weiß, wann du Wasser brauchst? Oh, das schlingt ja richtig. Kann man sich richtig gut vorstellen, dass das eine Toilette ist. Ha, Hundeklischees. Dann wird er müde vom ganzen Trinken. Ähm, ich tu das mal wieder zurück. Willst du kotzen? Ist alles gut? Ich dachte, Hunde mögen Rappengift. Halsband. Oh, ziemlich badass. Aber mir fällt es ohne besser. Oh ja, den Bubble Blower. Den müssen wir ausprobieren. Oh, das ist das Ding. Da muss ich reinpusten, ne? Muss ich das nicht mit dem Mikrofon? Mikrofon! Oh, er hat Angst davor. Huuu. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oh, warte, doch. Huuu. 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 Es klappt nicht. Ja, es funktioniert. Mit der Random White Noise. White Noise. Hier, friss das. Oh, jetzt spielt er damit, oder? Oder hat er immer noch Angst? Kannst nicht einschätzen. Die verschwinden einfach. Ist ja total langweilig. Okay, weg damit. Oh, die Blasen verschwinden auch. Shoto! Shoto! Hi, Shoto! Ja, hattest du Spaß mit den Blasen? Ja, hattest du Spaß mit den... Ah, okay. Ach, guck mal. Ein Schwanz. Oh. Jag deinen Schwanz. Ich weiß nicht, warum das so klingt. Das war schon die ganze Zeit so. So schlecht dürfte die DS-Mikrofon eigentlich nicht sein, dass da nur... rauskommt. Tennisball. Das ist doch cool. Hey, Shoto. Tennisball. Fang! Yeah. Shoto! 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 Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft Shoto gesagt. Ja, weini, 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 weini. Das ist super gemacht hier. Ich hol dir mal die Popel aus dem Ohr. Sind wir bereit für einen Contest? Ich würde sagen, ja. Disc Competition. Oh, das wird zu... Ich habe keine Disc. Rote Fliegedisc. Blaue Fliegedisc. Ich, äh... Uh. Ist es die rote oder die blaue Fliegedisc? Ich glaube, ich nehme die rote. Ich hätte gern 20. Ha, 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 ha. Ich brauche nur eine, oder? Ich brauche nur eine, richtig. Ich brauche... Ich kaufe eine. Shoto, komm her. Ich mache es so. Weil es einfacher ist. Für mein Leben. Ähm. Ach, Mist. Äh... Sport. Ha. Rote Fliegescheibe. Guck mal. Shoto, guck mal. Wupp. Du hast sie nicht gefangen. Ja. Ein ganz feini, feini, feini bist du. Ja, 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 ja. Und jetzt gibt es her. Ha, ja. Hä? Verstehe ich es nicht. Shoto. 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 Ja. Da fliegt sie. Shoto hat sie nicht gefangen. Ich könnte direkt einen Contest machen. Ähm. Aber wir haben noch gar kein Training. Ich muss erst im... Ich muss erst aufs Gymnasium, damit ich da mitmachen kann. Hm. Wie lange dauert das? Ich google mal, wie lange das dauert. Eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde? Willst du mich verarschen? Das ist doch total bescheuert. Oh, komm, dann machen wir direkt eine Competition. Das könnte schon... Ich meine, was wollen die machen? Uns sagen, dass wir schlecht sind? Vielleicht. Aber das war's dann auch. Oh. Der Beginnerkurs. Oh, der Finale, ne? Hier, um die Aktion zu beurteilen... Weißt du was? Interessiert mich nicht. Danke, Ted. Und ein großes, schweres Hallo. Oh, das ist der letzte Entrant. Das ist der Corgi Shoto von dem Trainer Jupp Jupp. Weiß nicht, warum ich Jupp Jupp heiße. Was denkst du über Shoto, Archie? Naja, seine Nose sieht schon sehr feucht aus, Ted. Ich würde mal sagen, er ist sehr gesund. Ja. Also, wir gehen... Ja, okay, okay. Los, Shoto, los! Los, du schaffst das! Du bist der Schnellste! Ich laber dich gleich! Hast du ihn! Oh. Okay, komm zurück! Shoto! 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 Komm schon! Shoto! 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 Ja, Gott! Nach 20 Sekunden. Komm, wir brauchen mindestens 5 Punkte. Das hast du fein gemacht. Und... Hepp! Komm schon, den kriegst du! Ich kann dich noch weiter... Nicht... Nicht weit werfen. Oh, deine Beine sind zu kurz. 20 Sekunden. Shoto, bitte komm! Shoto! Ja, fein! Ja, ich kriege mir noch einen Punkt. Oh, Gott! Oh, warum bist du so langsam? Du bist doch schon ein paar Wochen alt, oder nicht? Und los! Ja! Komm schon! Ich kann wirklich nicht... ...sopfter werfen. Oh, nein! 8 Sekunden! Shoto! 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 Du warst doch schon auf dem Weg gehen! 3, 2, 1... Oh, nein! Nein! Shoto! Shoto! Ich werde das Trainingbuch nicht lesen! Kommst du vom Kontist zurück? Ich hoffe, dein Selbstvertrauen ist zerschmettert. Weil du hast heute nur Scheiße gebaut. Gib Shoto ein Bad. Oh, jetzt wird gebadet. Du kratzt mir ein bisschen zu viel. Erstmal wirst du eingeschäumt. Schäumel, 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 schäumel. Oh, ist das süß! Shoto, ich liebe dich! Kleiner, putziger Hund. Oh, ja! Da ist das gut! Da ist das gut! Und in die Augen. Die Augen müssen auch sauber sein, damit du siehst, wo die Disc hinfliegt! Ich glaube, das reicht, oder? Ganz sicher gehen. So ein Hund ist ja dreckig und eklig. Hier, die Pföten. Pföten? Pfoten! Kleinen Schwanz. Oh, sorry. Sorry, nicht den kleinen Schwanz. Es geht automatisch weg, oder? Wenn ich genug geschrubbt habe, kann ich abbrausen? Weil jetzt kann ich es noch... Oh, doch, ich kann es schon. Da, 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 da. In die Augen. Oh, du glänzt richtig. Da sieht aber jemand wunderschön aus. Und der Hund ist auch sauber. Shoto, du fühlst dich jetzt richtig gut, habe ich recht? Ja, das hast du eigentlich nicht verdient. Komm, wir versuchen dir noch mal was beizubringen. Shoto, komm mal her. Shoto! Shoto! Ja, Feini. Sitz! Oh, das ist auch gut. Sehr gut. Sitzen kann er schon mal ganz gut. Ah, soll er was Lustiges machen. Wir versuchen, dass er mal auf dem Rücken so liegt. Bauchi! So habe ich das nicht gesagt. Aber soll er ein Bauchi zeigen? Stell... Ja, und jetzt? Oh, tut mir leid. Bauchi! Sehr gut, hast du das verstanden, du schlauer Kerl. Nein! Shoto! Shoto! Wir sind ja noch nicht fertig! Was ist der Bark-Modus? Search for a friend? Nee, Shoto hat keine Freunde. Dann gebe ich jetzt einfach unnötig Geld aus. Ähm, du kriegst eine rote... Du kriegst eine gelbe Schleife. Ja. Das hast du davon. Wahrscheinlich hier. Und so. Kann ich beides gleichzeitig tragen. Oh, warte mal. Shoto! Ich dachte, er trägt es in den Haaren, aber er trägt es ja wie ein kleiner Gentleman. Das sieht ja wirklich gut aus, glaube ich. Wenn er mich angucken würde. Shoto! Shoto! Alter, mein Hals. Shoto! Shoto! Ja, fein. Das sieht wirklich gut aus. Oh, ich kann nicht mehr. Der Hund macht mich fertig. Hey, guck mal. Ich ziehe dir am Schwanz, ne? Was hältst du davon? Hey, Shoto! Woran erinnert dich das, ha? Nicht mal so? Du kannst nicht mal so die Frisbee fangen? Shoto, komm! Ich hab's auf. Vielleicht, 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 okay, okay, ein Wurf noch. Shoto, das ist der letzte Wurf des Tages. Wenn du den schaffst, dann schmeiß ich dich nicht auf den Hundemüll. Und los. Ah.